Vom Let's Dance-Tanzpaar zum Traumpaar Vor einem Jahr knisterte es nahezu jeden Freitag auf dem Let's Dance-Bar-Kett. Und zwar immer dann, wenn Luca Henni und Christina Luft an der Reihe waren. Spätestens nach Lucas Stirnkuss am Ende einer Performance waren die Liebesgerüchte nicht mehr klein zu kriegen. Aus dem Tanzpaar wurde aber erst Wochen nach dem Let's Dance-Finale ein Liebespar. Denn während der Staffel hatten Luca und Christina gar keine Zeit für Romantik und Co. Hier lag die volle Konzentration auf dem Tanzen, wie sie sich bei Let's Dance das große Tanzalphabet erinnern. Wie es im Training auch mal knallte, aber gleichzeitig knisterte, zeigen wir oben im Video. Jurorin Mozi Mabuse merkte schnell. Hier passiert etwas, letztes Jahr habe ich kein großes Geheimnis gemacht, dass ich ihn gerne als meinen Partner wollte, erinnert sich Christina noch genau. In der Kennenlern-Show tanzten sie und Luca nämlich in einer Gruppe. Ich habe mir natürlich gewünscht, dass ich ihn einfach behalten darf, so die 31-Jährige. Und genau so kam es auch, die Freude war auf beiden Seiten riesig, wie wir oben im Video zeigen. Nicht nur viele Zuschauer und Fans spekulierten schnell über eine mögliche Liebe, auch Let's Dance-Jurorin Mozi Mabuse bemerkte nach einigen Shows, dass da etwas in der Luft lag. Hier passiert etwas. Das spürt man. Das merkt man, wenn man ein bisschen seine Sinne anschaltet. Und ihre Sinne sollten recht behalten. Auch Wenn Christina und Luca in Sachen Liebe erst nach Let's Dance durchstarteten. Danach hatten wir mal Zeit, uns öfter zu sehen und hatten auch das eine oder andere Projekt und da war auch mal Zeit ohne Arbeit und Stress und dann hätt's irgendwie gefunkt. Erzählen sie uns letztes Jahr im großen Liebesinterview. Fernbeziehung zwischen Köln und der Schweiz. Seit der Verkündung ihrer Beziehung führen Christina und Luca eine Fernbeziehung zwischen Köln und der Schweiz. Aber erst vor kurzem haben sie uns verraten, dass es sich gar nicht anfühlt, wie eine Fernbeziehung. Denn sie sehen sich so oft und so lange es geht. Wir halten es keine zwei Tage ohne einander aus. Der längste Zeitraum, in dem sie sich nicht gesehen haben, wäre bislang eine Woche gewesen. Aktuell hat Christina als Tanzpartnerin von Jan Hofer wieder einen vollgepackten Terminkalender. Aber auch hier hat sie mit Luca eine Lösung gefunden. Er wohnt während der Let's Dance Staffel in Köln und unterstützt sie, wo es nur geht. Let's Dance auf TV in OW anschauen. Let's Dance läuft immer freitags ab 20.15 Uhr bei RTL. Verpasste Folgen und Shows aus älteren Staffeln stehen aber jederzeit auf TV in OW zum Abruf bereit.